So, ich muss wieder genau hinschauen, ob es ausschlägt. Ja, es schlägt aus. Wir haben Ton. Hurra. Ja, das war letzte Folge wieder ganz fantastisch. Das wäre wirklich von Anfang bis zu, wo ich es gemerkt habe, war es einfach aus. Ich weiß bis jetzt nicht, warum das aus gewesen ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich muss irgendwie draufgekommen sein, noch vorm Aufnehmen. Ich habe es vielleicht so komisch auf den Tisch gelegt. Keine Ahnung. So, ihr bekommt jetzt aber wieder Kyumu. Da ist noch die Playlist auf dem Stand vom letzten Mal. Zack. Und dann geht es da auch einfach weiter. Wir haben mittlerweile so viele Varianten, dass ich definitiv nicht mehr alles in jeder Folge machen werde. Also gerade so Sachen wie, ich weiß nicht, so Squirtle ist zwar ganz cool. Was ist denn los? Okay. Soll mir recht sein. P. So sagen wie Octodal möchte ich auf jeden Fall machen, weil das ist im Prinzip ja, das ist Wördel achtfach. Also da haben wir ja alles drin, was wir wollen. Eigentlich ist es nicht Wördel achtfach, weil Wördel ist in sechs Schritten vorbei. Also insofern, ja. Ne, ist nicht ganz das Gleiche. Aber was ich letztes Mal vergessen habe, was mich echt danach geärgert habe, ich habe Quintessential vergessen. Das will ich auf jeden Fall spielen. Und Quintessential ist eigentlich genauso wie Nördel. Das will ich auf jeden Fall machen. Und gestern kam keine Folge. Wir hatten an dem Tag Elternabend und ich habe danach keinen Nerv mehr für irgendwas gehabt. Also war einfach nicht drin aufzunehmen. War einfach nicht drin. So, ähm, P hatten wir, ne? Dann nehmen wir doch Place. Zack. Oh, das hat schon mal bei fast allen gescheppert, außer bei der sieben. Äh, das ist die sechs. Okay. Dann nehmen wir meine üblichen Coins. Coins ist immer schön für O, I, S und N ist auch noch am Start. Jawollo. So, ähm, und dann, ich überlege gerade, ob wir Wort 2 schon mal probieren wollen. Weil C und dann gibt es noch A, E, P kann noch gar nicht so viele Möglichkeiten geben, oder? Starten wir mit C auf jeden Fall. Hm. Also, Cape. Und jetzt ist die Frage, was kann da hin? Es ist ja kein S. Caper. Ich würde jetzt mal Caper ausprobieren, einfach um zu gucken. C, A, P, E, ne? Wir können sowieso mal ein bisschen die anderen Buchstaben testen. Ich halte das für eine gar nicht so schlechte Idee. Let's go. Okay. Aber es hat, es hat zum, aber, okay. Es hat jetzt dafür, wow. Das hat dafür jetzt bei Part, bei Part, sag ich schon. Bei, bei, äh, Wort 4 ordentlich gescheppert. Da haben wir jetzt paar E, R und kein Paper. Hm. Pay. Ja, was kann da noch hin? Peter, Pater. Pater könnte hin. Was könnte noch hin? Das gibt's nicht. Pater gibt's auch nicht. Wir gucken mal, was es noch gibt neben... Okay, W gäbe's noch. W, T. W, T gäbe's noch. Ähm. Payer gibt's auch. Okay, da gibt's noch ein bisschen mehr. Ja, das ist jetzt blöd. Das ist wieder ein Buchstabe in der Mitte. Dann kann ich Wort 4 erst mal knicken. Äh, dann probieren wir mal den Ghost noch aus. Der Ghost ist auch immer ganz gut, um das S nochmal an den richtigen Ort zu bringen. Vielleicht eventuell, um vor allem das T zu testen. G und H testen ist auch immer relativ sinnvoll. Komm, wir probieren den Ghost noch aus. Zack. Okay. So. Dann ist nämlich schon mal der Pater raus. Was gibt's noch? Gibt's noch Paber? Zum Glück nicht. Mit V. Ah, mit V gibt's auch noch. Äh. Zu viele Pexer gibt's. Okay, Pexer gibt's nicht. Pexer? Nein. Ah, das sind noch viele Möglichkeiten bei dem Paar ER. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich hoffe, ich hoffe, wir kriegen irgendwie, irgendwie den Buchstaben so geschenkt, dass wir den über andere Wörter noch mit reinnehmen, weil sonst muss ich da halt Buchstaben raten am Ende wieder. Oh, aber gebt euch mal das Wort 1. Das ist auch schon fast fertig. Co. Und dann ET. Okay. Okay, was könnte da hin? Gibt's Co-Cats? Nein, so nicht. Co-Jet gibt's auch nicht, ne? Ähm. Co-Jet gibt's auch nicht. Co- Co-Met. Oh, der Co-Met. Okay. Was gibt's noch? Co-Bet gibt's nicht. Co-Jet gibt's nicht. Co-Vet gibt's nicht. Co-Vet, das gäb's noch. Ah, schwierig. Co-Jet gibt's nicht. Co-Jet gibt's nicht. Co-Vet gibt's nicht. Und mit Q brauchen wir's gar nicht ausprobieren. Okay, es sind zwei Möglichkeiten. Co-Met oder Co-Vet. Das heißt, V-M wäre hier was, was wir testen müssten. Also haben wir jetzt schon für das P-A-E-R-Ding haben wir jetzt noch zu testen. Das war auch ein V, ne? Stimmt, war auch ein V, war Paver. Hm, dann hätten wir das V mit beiden getestet. Und was war noch möglich außer Paver? Ich hab's schon wieder vergessen. Weil Pater ist ja raus. M war's auch nicht. Hä, was war denn da noch möglich? Payer. Genau, Y war noch möglich. Richtig. Okay. Y und V. Gut, jetzt gehen wir mal, äh, oh! Oh, wir haben Wort zwei. Das ist nämlich cheap. Das kann gar nichts anderes mehr sein. Das kann gar nichts anderes mehr sein als cheap. Das ist ja billig. Okay. Cheap, ab dafür. So. Damit haben wir allerdings nichts gewonnen. Na, nur vielleicht ein paar Buchstaben gesetzt, richtig. Gut, ähm, Wort drei mal kurz durchgehen. Wir haben ein O in der Mitte, wir haben ein S, wir haben ein C und wir haben ein L. Okay. Close kann's nicht sein. Das ist so genau das Gegenstück von dem, was wir hätten. Es könnte Skol... Skol... Ja, und dann... Skoli gibt's nicht. Skolm gibt's nicht. Skoli... Skolk... Skolu... Nee, erscheint mir nicht sinnvoll. Skol... Okay, Skolt gäbe es. Sollen wir es ausprobieren? Das Problem ist... Wenn ich jetzt wieder einmal falsch liege, habe ich danach nur noch die Möglichkeit, richtig zu liegen. Also, ich muss da echt aufpassen. Soll ich Skolt einmal testen? Komm, wir testen Skolt. I don't care, ich gehe auf Risiko. Scheiße. Okay, aber damit haben wir das D jetzt mal getestet. Damit haben wir das D jetzt mal getestet. Gut. Ja, ärgerlich. Ärgerlich. D ist nirgends dabei. Short. Short. Na gut. Na gut, na gut. Machst du nix. So, dann gehen wir mal weiter. Also, das Skol ist noch... Oh, dann ist es Skol. Es ist zweimal L. Ja, scheiße. Aber muss ich jetzt noch auslassen. Das riskiere ich jetzt noch nicht. Das riskiere ich jetzt noch nicht. Wort 5. Wir wissen, ein C ist bei Stelle 4. Wir wissen, ein E kann nur noch Stelle 1 oder Stelle 2 sein. H kommt auch irgendwo vor. Und ein L. Also, C, E, L, H sind 4 Buchstaben. Das heißt, der fünfte fehlt theoretisch noch, wenn es nicht das gleiche ist. Wir starten nicht mit C. Achso, C ist ja auch schon festgelegt. Lass mal mit L starten. Dann hätten wir Lee. Dann kommt jetzt irgendein Wort und dann CH. Gibt es, gibt es keine Ahnung. Das Problem ist halt, wir haben jetzt schon eine T ist raus. Leech. Oh, es gäbe zwei E, ne? Hm. Zwei E werden. Nein, 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 nein. Das E kann da nicht sein. Kein Leech. Kein Leech. Ich wüsste nicht, wie der CH, wie das zusammenkommen könnte. Dislaech? Nein. Lemch oder so. Könnte ich mir auch nicht vorstellen. Lepch. Ey. Klingt alles ganz komisch. Glaube ich nicht, dass es sowas gibt. Ne, ne. Okay. Ähm. Es könnte natürlich auch EL anfangen. Nein, kann es nicht. EL kann es nicht anfangen. Aber es könnte halt sein, dass, weiß ich nicht, es dann LCH aufhört oder so. Oh. Genau. Es könnte LCH, ELCH könnte es sogar aufhören. Okay. Gibt es Buchstaben, die ich vor ELCH hinbekomme? Okay. Ich wäre ja zu Deutsch. SCHMELCH könnte ich auch nicht. Wüsste ich auch nicht, was das sein soll. YELCH. Wüsste ich auch nicht, was das sein soll. Ähm. Ne. Also wüsste ich nicht. Es könnte auch mit H anfangen und dann das E kommen. Und dann das, und dann CL oder jetzt das L. ELK. ELS. Ne, ELS darf es gar nicht sein. ELSI. Wüsste ich nicht, was da hinkommt. Sagen wir mal, das L ist nicht in der Mitte, sondern es hört mit CL auf. Gäbe es da eine Option. EMSEL. Wüsste ich nicht. HEX. Ne, das ist ganz weird. Äh. HEX. Das ist ganz komisch. HEV. HEV. Ne. Ne, also. Ne. Aber jetzt habe ich so viel ausgeschlossen, dann müsste doch sogar die eine Option, die wir am Anfang gesagt haben, richtig sein. Okay, aber dann warten wir mal noch ab. Ich würde sagen, das hört mit CH auf, aber müssen wir mal noch abwarten. Wort Nummer 6. S haben wir, IN haben wir, außerdem gibt es ein T und ein G. Ja, wow. Dann sind wir damit durch. STING. Dann sind wir damit durch. STING und fertig. Mehr kann es nicht sein. T kann nicht hinten sein, dann muss T da drüben sein. G ist dann auch nur noch, das ist, da braucht man gar nicht überlegen, das ist richtig. Gut. Hat mir das irgendwas irgendwo gebracht, noch zusätzlich? Nein. Schade. Hätte mich auch gewundert. Wort 7 ist noch relativ einsam. L, A. Mö. Und das A, L steht fest. Mö. Wort 8. Haben wir lieb? Okay. Wir haben lieb. Und davor fehlt ein Buchstabe. Den wir entweder noch nicht haben oder der schon vor... Ne, plieb kann es nicht sein, weil P ist nicht vorne. Okay, was kann ich da hinsetzen? Lieb kenne ich nicht. Ah, blieb mit B. Das ist das einzige, was mir einfällt, was Sinn ergeben könnte. Blieb. Gibt es flieb? Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte kein F. Bitte kein F. Okay. Ja, dann kann es nur blieb sein. Blieb und ab dafür. Gut. So. Hat leider jetzt natürlich keine neuen Erkenntnisse gebracht. Ich habe nach wie vor einen Guess, richtig? Ne, wir haben keinen Guess mehr. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Wörter und 5 Guesses. Scheiße. Und das Problem ist, wir haben halt Wörter, wo es mehrere Buchstaben sein können. Es könnte jetzt bei dem ersten des V sein, es könnte bei dem vierten des V sein. Es könnte sein, dass ich jetzt bei dem vierten des V rate und da ist es falsch, aber beim ersten wäre es richtig. Es könnte sein, dass ich beim ersten des V rate, da ist es falsch, aber beim vierten wäre es richtig. Ich stecke komplett in der Zwickmühle. Es ist jetzt pures Glück, ob ich richtig liege oder nicht. Es ist von hier an pures Glück. Weil ich kann nichts mehr testen. Ich kann nichts mehr testen. Ich kann nur noch probieren. Also wir hätten Comet und wir hätten Covet. Oder Covet. Und bei dem SCO ist die Vermutung, dass es SCOOL ist. Na, also hier. So. Ah, nee, so nicht. Hä, was war meine Vermutung? Wait. Oh, warte mal. Nein, wir haben eine neue Erkenntnis. Und zwar, dass das L da nicht ist. Das L ist nur hinten. Yo, das ändert alles. Das ändert alles. Das macht eigentlich nur noch eine Option möglich. Aber welche? Das ist das einzige, was aktuelles, was möglich ist. Das GOXEL gibt es nicht. Das GOXEL gibt es nicht. Das GOXEL gibt es nicht. Nein. Dann ist es W. Das GOAL. Das W wird mir, glaube ich, in den anderen Buchstaben jetzt nicht so viel bringen. Aber das wäre auf jeden Fall dann abgeschlossen. Wir haben ein W. Wir haben ein W bei dem Wort 5. Wir haben ein W gewonnen beim Wort 5. Oh, das ist stark. Oh, das ist stark. Weil das den letzten Buchstaben klärt. Okay, jetzt kann ich weiterprobieren. Eine Option war, dass wir mit L anfangen und dann kommt das E. Und dann hätten wir LUCH. So, gibt es nicht. LUV, C, SO, LUV, nee. Keine Ahnung, wie man es noch schreiben könnte. Wüsste ich gar nicht. Sagen wir, wir fangen mit WE an. Dann muss jetzt das WELCH. Das ist das Wort. Das ist das Wort. W-E-L-C-H. Das ist das Wort. Zack. Okay. So. Das ist das Wort. Wir haben das L. Wir haben das... Oh, ich habe das gar nicht realisiert. Wir haben Sidesgold. Haben wir bei Wort 4. Das L in der Mitte. Paler. Das ist es. Paler. Ich glaube, das hatte ich gar nicht in den Möglichkeiten drin. Sidesgold ist das da gelb. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Scheibenhonig. Siehste mal. Oh, oh, oh. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Gut, dass ich es jetzt sehe. Wir haben das L. Okay, sehr gut. Dann kann ich das einfach akzeptieren und ab dafür. So. Gut. So, jetzt haben wir noch das ominöse Wort 7, wo wir nur das A und das L haben. Was schwierig ist. Das ist sehr schwierig. Und dann haben wir halt noch das, wo ich nicht weiß. Komet oder Kovet. Beides ist immer noch M oder V. Ist es beides noch möglich. Das ist scheiße. Also, gucken wir mal, ob wir bei A oder L das M oder das V unterbekommen. F. F, F, F. Ja, F ist auch noch da, genau. Sogar das U ist noch da. Wir haben das U noch nicht mal irgendwo kontrolliert. Das ist auch interessant. Also, wir wissen nur A, L. Mehr wissen wir nicht. Also, kommen entweder nur die Buchstaben L und A vor, was ich mir nicht vorstellen kann. Und wir haben auf jeden Fall noch Buchstaben zur Verfügung. Was könnte das sein? Gibt es Qualm? Qualm? Nein. Gibt es... Also, es wäre ein deutsches Wort, aber gibt es Qualm? Es gibt Qualm. Im Englischen. Qualm? Okay. Gibt es auch Qualm? Weil dann könnte ich so das M testen. Das wäre ja göttlich, wenn das erlaubt. Also, wenn das jetzt die... Also, wenn das Q, U vorne... Tatsächlich das Richtige hier ist bei 7. Alleine dafür, dass ich das M testen kann, muss ich das jetzt nehmen. Ist mir egal. Wir nehmen Qualm. Es ist... Das M ist einfach richtig. Komet. Wir haben es abgeschlossen. Yo. 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 Das war stark. Yo. Das war stark. Okay. Nice. Nice ist Octodal. So. Lasst uns quintessentialen. So. Thema heute. Zirkus. Okay. Cool. Das wird hier oben der Clown. Das sehe ich... Ach ne. Er ist jetzt C und L. Ist ja falsch an der Stelle. Aber vielleicht ist es woanders der Clown. Vielleicht ist es dann da unten. Da ist nämlich das W an der richtigen Stelle. Haben wir noch ein N? Wir haben hier noch ein N. Dann würde ich fast sagen, dass das hier ein Clown wird. Das wird ein Clown. Das wird ein... Weiß ich noch nicht. Ähm. Me. Me. Weiß ich auch noch nicht so ganz. Das weiß ich auch noch nicht so ganz. Aber das hier dürfte der Clown werden. Jetzt ist halt nur die Frage, wie verschiebt man so, dass man möglichst wenig Züge hat. Weil ich weiß ja nicht, ob das T hier oben reingehört. Aber der Punkt ist halt... Also der Punkt ist halt, dass C muss hier runter. Und das ist das einzige C, was ich habe. Ich könnte zwar jetzt vorher vielleicht irgendwie hierhin was verschieben, was dann hier hoch soll. Ich glaube nicht, dass das T hier hoch soll. Das erscheint mir nicht richtig. Aber das ist leider das einzige C, was ich zur Verfügung habe. Also muss das C hier runter. Ah, das T ist da sogar richtig stark. Oh, war jetzt dieses T, das gelbe... Oh, das ist auch interessant. Ich konnte aus diesem gelben T jetzt ein schwarzes T machen. Und es kann jetzt woanders hin. Okay. Jetzt habe ich hier ein L und ich habe hier ein L. Die Frage ist, will das A hier runter oder will das A hier hoch? Das könnte der Tamer sein. Das hier oben könnte der Tamer sein. Dann wäre das A hier sogar richtig. Ich würde es fast mal ausprobieren. Das wird der Tamer. Das wird der Tamer. Okay. Das O ist hier. Ich meine, das T hier ist offenbar falsch. Wenn das T hier falsch ist, aber es noch T's gibt, muss hier auch ein T sein. Dann kann ich dieses T auf jeden Fall hier mal runterschieben. Oh, es ist sogar grün. Das ist stark. Okay. Das R muss hier hin. Das E muss aber eigentlich nur da rüber. Das T, was dann hier hin wandert, muss aber nicht da hin, wo das R jetzt ist. Vielleicht erstmal das M mit dem D. Ich meine, das N kann ich nur hier hinschieben. Und da ist es klar, da muss es hin. Ich überlege nur, ob das D hier hin will. Med. Med. Media. Media könnte es sein. Ich glaube, wir packen das N mal da hin. Ja, es ist sogar richtig. Okay. So. Also. Kurzer Blick, ob wir aufnehmen. Ja. Ich sehe noch nicht, was hier für ein Wort ist. Das ist ganz interessant. Äh. Ten. Also das E muss auf jeden Fall da rüber. Oh, wenn das E hier hin muss, kann ich das auf jeden Fall. Yo. Tents. Das passt auch. Also, es ist schon glücklicherweise so gebaut, dass man natürlich die passend verschieben kann, ne? Das muss man auch dazu sagen. Das ist jetzt nicht nur reine Leistung von mir. Es ist schon passend so gesetzt, dass man wirklich die richtigen miteinander verschieben kann. Aber man muss halt erstmal drauf kommen. Ja, und dann haben wir hier. Äh. Ja, Stilt. Weil jetzt kommt da Media raus. Cool. Schön. Acht Züge. Das finde ich okay. Das finde ich okay. Gut. Gehen wir zu Nerdl. Wo ist es? Da ist es. Minus drei mal zwei plus sieben ist gleich eins. Ab dafür. Okay. Wir haben ein einschlägiges Ergebnis. Es ist nicht aber die Eins, die rauskommt. Wir haben die drei, die zwei und die sieben am Start. Und wir haben ein Minus. Hm. Da ist noch viel, viel möglich. Zum Beispiel wäre denkbar, keine Ahnung, 273. Blödsinn. Geht schon gar nicht. Da komme ich nie auf ein einschlägiges Ergebnis mit einem Minus. Ähm. Zum Beispiel wäre denkbar, 9 minus 3. Minus. Ne, ist blöd, ist blöd. Ich nehme es zurück. Ähm. 22. Minus. 9. Ne, wenn dann jetzt minus 7. So. Ähm. Minus 3. 22 minus 7 ist... Oh, jetzt wäre es 12. Das ist, äh, nicht so, nicht so gut. Äh, ich glaube, dann reicht nur Minus mit nur Minusarbeiten, reicht, glaube ich nicht. Ich glaube, ich brauche noch ein Geteilt. Bin mir nicht sicher. Okay, lass mal Folgendes machen. 27 durch 3. Jetzt wären wir bei 9. Und jetzt ziehe ich halt mal ab. Äh. Ja, jetzt sind halt mehrere Sachen noch möglich. Das ist der Punkt. Jetzt sind halt noch viele Sachen möglich. Ich bin jetzt bei 9. Ich könnte jetzt auch sagen, minus 0 ist gleich 9. Das wäre theoretisch möglich. Ne? Ich würde aber mal sagen, Minus... Minus... 5 ist gleich 4. Damit wir auch mal gucken, ob 5 und 4 vorkommen. Ne? Und ob der Aufbau so passt. Also, der Punkt ist halt, hier hinten wäre jetzt noch ganz viel möglich. Ich könnte auch sagen, 9 minus 6 ist 3 und die 3 doppelt verwenden. Äh, 9 minus 7 ist 2 und die 2 doppelt verwenden. Äh, 9 minus 4 ist 5. Könnte ich auch draus machen. Also, es ist alles noch möglich. 9 minus 3 ist... Es ist ja nichts ausgeschlossen außer die 1. Also, ich könnte alles noch machen. Also, ich kann mit dem zweiten Zug eigentlich nur mit Glück fertig werden. Aber interessant wäre für mich, ob dieser Aufbau, dieses 27 durch 3, der Start ist. Das wäre interessant zu wissen. Ist es nicht. Ha! Aber wir teilen tatsächlich und ziehen ab. Okay. Und die 5 und 4 ist raus. Jetzt sollten wir es hinbekommen. Ich hoffe, jetzt kriegen wir es hin. Weil jetzt gibt es nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. Also, ich starte nicht mit 27. Ich starte gar nicht mit einer 20er Zahl. Das ist auch wieder interessant. Und ich teile dann durch eine 1er Zahl. Also, ich könnte, keine Ahnung, 32 durch 8 machen. Jetzt hätten wir 4. Aber ich muss die 7 noch einbauen. Nee, ich brauche die 7. Ich brauche die 7. Kommando zurück. Geht so nicht. Ich brauche die 7. Ähm. Also. 32 ist dann Quatsch. Ähm. Naja, gut. Ich kann ja sogar eine recht hohe Zahl nehmen. Ich kann ja sogar, keine Ahnung, eine 72 nehmen. Na? Und dann teile ich die 72 halt durch... Da kann ich durch was, auch was ganz hohes teilen. Kann ich durch 9 teilen. Jetzt wäre ich bei 8. Jetzt wäre ich bei 8. Ähm. Okay, ich komme nicht wieder... Okay, ich darf die 3 nicht abziehen. Weil dann hätte ich 5. Geht nicht. Und ich kann die 5 nicht abziehen, weil die darf ich nicht verwenden. Okay. Nee. Ähm. Dann machen wir mal 72 durch 8. Das wäre jetzt 9. Wenn ich von der 9 3 abziehe, lande ich bei 6. Und die darf ich noch verwenden. 72 durch 8 ist 9. Minus 3 ist 6. So. Ich habe die 2 verwendet. Ich habe die 7 verwendet. Sie sind nicht an Stellen, wo sie nicht stehen dürfen. Ich habe die 3 verwendet. Die ist nicht an einer Stelle, wo sie nicht stehen darf. Und ich habe sonst nur Sachen verwendet, die ich verwenden darf aktuell. Äh. Okay. Ich glaube, es gibt auch hier noch vielleicht ein paar andere Möglichkeiten. Könnte noch ein paar andere Möglichkeiten geben. Insofern, vielleicht sind wir doch noch nicht mit dem dritten Zug fertig. Aber ich bin ganz guter Dinge. Minus 6 ist gleich 3. Dass das nicht... Ach, dass das jetzt nicht als kommutativ... Ja. Hm. Das ist... Das ist gemeint, dass man dafür den eigenen Zug jetzt... Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Hätte ich aber nicht wissen können. Hätte ich effektiv nicht wissen können. So. Also, das ist für mich eigentlich schon wieder so eine Kommutativgeschichte. Ich meine, ja, natürlich ist es nicht kommutativ. Aber das ist eigentlich... Ja. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Aber klar, es darf nicht vertauscht werden. Also, es ist schon eine andere Rechnung. Logisch. Aber es ist halt... Ist okay. Ich akzeptiere es. Nein, ich akzeptiere es nicht. Aber ich sage, dass ich es akzeptiere. So ein Ding ist das. So. Ich mache mal kurz wieder ein bisschen lauter, weil ich das Song of Healing Ding einfach großartig finde. Und ihr hoffentlich auch. So. Wir müssen mit P starten. Ja, dann nehmen wir doch Poland. Okay. Das ist direkt... Bunt. In welche Richtung gehen wir? Wir gehen mal in Richtung Frankreich. Das ist heller. Okay. Falsche Richtung. Wir gehen mal nach oben in Richtung Finnland. Das ist auch etwas heller. Also auch nicht die beste Richtung. Dann gehen wir halt wieder Richtung Ukraine. Die man mit K schreibt. Ja. Da wird es dunkler. So. Ich meine, ich kann Wascher probieren. Na komm, wir probieren Wascher. Was soll's. Aber Wascher ist halt so groß. Das sagt halt dann nicht... Ja, das sagt halt... Genau. Das sagt halt effektiv nicht so viel aus, ne? Äh, schwierig. Ich geh mal auf Georgien. Bäm. Sehr schön. So gefällt mir das. Okay. Ähm, was wollen wir noch machen? Also, die ganzen Semantel-Dinger, ganz ehrlich, das... Ne. Ähm, was quer denn noch? Wir können... Ja, komm, machen wir noch die kleinen Wördel, Deutsch und Englisch. Machen wir die noch. Ähm. Machen wir doch Polen gleich mal hier als erstes Wort. Oh, da hat mir ein L und ein E besorgt. Oh, interessant. Ähm. Ähm. Ne. Ne. Muss auch nicht mit E starten. Muss auch nicht mit E starten. Das ist okay. Spiel. Spiel. Spiel ist ein super Wort. Ähm. Spiel. Ne. Ne. Seh ich nicht. Still. Still. Ne, ich sehe ich auch nicht. Ähm. Fälle. Wer aktuell denkbar? Oh, warum nicht? Okay, weil er es nicht will. Ja, gut, dann nicht. Und dann keine Fälle. Keine Fälle. Welle. Willst du die Welle? Ist die Welle dir genehm? Oh, das E ist hinten. Okay. Gut. Ähm... Ähm... Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Also, wer hört dieses Lied denn nicht gerne? Schreibt es in die Kommentare. So. Ähm. Okay. Keine 2L. Was kann denn zwischen L und E alles so stehen? LTE. Die Falte. Ist noch nicht ausgeschlossen. Rein damit. Es ist ein Al... Okay, kein Alte. Ähm. Okay, was kann noch zwischen L und E stehen? ALRE. ALÜ. AL... ALGE. 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 ALSE. ALDE. HALDE. Die HALDE. Kein D. Mist. Okay, der Buchstabe zwischen dem Ding zu finden wird interessant. ALSE. WALZE. Oh, wehe ist raus. FALZE ist auch. Ähm. Mhm. ALME. ALBE. SALBE. Oh, nee. Es gibt so viele Möglichkeiten, was zwischen dem L und dem E stehen kann. Aber ich muss die ausprobieren. Es ist die Salbe. Juhu. So. Jetzt mal schnell hier wieder alles leiser machen. So. Juhuut. Gehen wir noch zum normalen Wörtel. Und hier haben wir dann Po... Ne, Pl... Place. Wir nehmen ein Place. Okay, haben wir ein L wieder gewonnen. Das L ist sogar auch schon an der richtigen Stelle. Schön. Mh... 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 So, probieren wir doch mal Gloom aus. Okay, wir haben ein O gewonnen. Slow... Slow... Slowie... Nimmt er nicht. Mh... Slow... Slow... Ah, dann gibt es, glaube ich, nichts mit Slow, so richtig. Na, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Ähm... Gibt es denn noch was, vor dem L stehen kann? Klo? Aber wie geht es dann weiter? Sehe ich jetzt irgendwie auch nicht. Ulo? Sehe ich irgendwie auch nicht. Ilo... Sehe ich irgendwie auch nicht. Loh sehe ich jetzt irgendwie auch nicht. Tlow? Tlow klingt auch komisch. Vlo klingt auch komisch. Es gibt gar nicht so viel, was ich vor das L setzen würde. Loh... Oh, Blow. Blow würde was... Könnte was bauen. Blow... Ist Blues ein Wort? Nein, schade. Block geht auch nicht, weil das C raus ist. Blob. Einfach 3B. Schade. Blobl. Schade. Mh... Blatt. Schreibt mir das so? Nein. Man würde es so wahrscheinlich schreiben, ne? Äh, es geht nicht, weil zwei O's sind schon verboten. Blond. Das wird ja richtig sein. Das könnte gehen. Ah, nichts gewonnen. Okay, Blow ist auch nicht gut. Ich gehe nochmal auf Slow. Vielleicht finden wir doch irgendwas. Slot! Ah, schreibt mal mit. Slot. Ah, Slots! Oh, oh! Zwei S tatsächlich. Also Sloss. Sloss. Was für Sloss? Hä? Was für Sloss? Gibt es Slosh? Ah, scheinbar gibt es Slosh. Okay. Ich kenne nur Slosh. Slosh-Ei ist lecker. So. Ähm. Ja, 40 Minuten. Ich denke, das ist eine angenehme Zeit für den Part. Äh, Dauer. Und, äh, ja. Ich denke, die wichtigsten Sachen haben wir gemacht. Das Squirtle ist so ein bisschen... Das ist so Rumprobiererei. Das erscheint mir nicht so sinnvoll. Ich will eigentlich wirklich nur die Sachen spielen, wo man auch ein bisschen nachdenken muss. Ähm. Wie zum Beispiel Letterle. Naja, also Letterle spielen wir ja wirklich nur um den Anfangsbuchstaben. Um so ein bisschen individuell zu sein, ne? Dafür ist Letterle da. Und, äh, ansonsten... Oh, Otakle. Okay, Otakle machen wir noch kurz. Wer das nicht sehen will, kann schon mal abschalten. Otakle mache ich jetzt immer zum Schluss. Wenn ich dran denke, ne? Weil, also, Otakle ist ja auch, sehe ich auch kritisch, weil da halt so viele Namen, die ich nicht kenne und keine Ahnung. Aber man kann es mal probieren. Also wir starten mit P. Welcher Charakter mit P fällt mir denn ein, der fünf Buchstaben hat? Hm. Handa. Ach du Scheiße. Okay, ein D haben wir. Derwick. Der... Schade. Mh... D... Blade. Nein, das D ist an der falschen Stelle. Aber es ist tatsächlich ein G dabei. Und zwar da am Anfang. Okay. G und irgendwo ein D. Oh, das A hätte ich gar nicht benutzen dürfen. Naja, egal. Ähm. Hm. G... Gideog... Nein, geht nicht. Gidot. Schade. Gidom. Gidog. Gidog. Gidof. Hm. Gidzo. Ach. Es ist immer das Problem halt, ne? Gut. Gut dort. Gut. Gut. Gibt es alles nett. Gut dort. Gut. Gut. Gut, blöd, blöd, blöd. Hm. Ich weiß, dass da jetzt kein D drin ist, aber so kann ich ein paar Buchstaben testen. Gut. Haben wir das geklärt. Haben wir das geklärt. Akzeptiert er auch Ghost, so zum Testen? Ghost ist wie ein Charakter. Okay, interessant. Okay, wir haben ein T. Und das T ist am Ende. Und wir haben ein D. Äh, ein O. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt kriegen wir vielleicht was hin. Weil das D steht ja nicht direkt vor dem T. So. Hm. Also, go, got. Godot. Das ist aus, äh, Phoenix-Dings hier. Der, 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 der. Genau. Genau, der Typ. Richtig. Okay, hätte ich sogar kennen können. Hätte ich sogar kennen können. Oh, Phoenix White. Großartiges Spiel. Überhaupt. Äh, die ganze, die ganze, die ganze Reihe ist fantastico. Ich glaub, Q-Mo hat davon auch auf jeden Fall Sachen. Also, ich glaub, dieses, hier, äh, Dings hat er auf jeden Fall auch gemacht. Binde ich jetzt auf Anhieb natürlich nicht, aber ist egal. Also, aber ich glaub, Q-Mo hat auch aus Phoenix White einige Musik drin. Seh ich jetzt auf Anhieb keine. Müsste man suchen. Suche ich jetzt nicht. Suche ich jetzt nicht. Äh, ist egal. Ähm, aber muss er auf jeden Fall, glaub ich, drin haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Sollte mich sehr wundern, wenn er davon nichts drin hat. Objection und so, ne? Das sind, das sind eigentlich Lieder, die, die sich anbieten, wenn man so Musik, Videogame-Musik remixt. Eigentlich bietet es sich an, aber werde ich jetzt auf Anhieb keines finden, wahrscheinlich. Ärgerliche Momente. Ja, aber klar, finde ich jetzt auf Anhieb nix. Ja, komm, ist egal. Gut, vielleicht hat er auch noch keinen Phoenix White angefasst. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, wo ist meine OBS-Aufnahme? Da. Tschüss. Tschüss.